Der Alte eine Kurzgeschichte von Tim Time Seine Hände Daran muß ich selbst heute immer wieder denken. Seine kalten Hände, blass und knochrig, voll von Altersflecken und behaart, ordentlich gepflegte Fingernägel. Aber kalt, eiskalt. Obwohl es ausgesprochen warm war an jenem Tag vor so vielen Jahren, an dem ich dem alten Mann, der seit einigen Wochen im Apartment gegenüber wohnte, auf dem Hausflur erstmals persönlich begegnete. Das Apartment auf der anderen Seite des Flurs hatte, seit ich denken kann, leer gestanden. Das Namensschild des ehemaligen Mieters war sorglos abgekratzt, so daß noch einige Spuren des Aufklebers auf dem Holz übrig geblieben waren. Sonst fiel die Wohnung nicht sonderlich auf, abgesehen von dem einen Mal, etwa zwei Jahre vor den Ereignissen dieser Geschichte, als ich beim Heimkommen bemerkt hatte, daß die Tür einen Spalt weit offen stand und ich ein leises Singen daraus zu vernehmen meinte. Ich ging näher heran und lauschte. Es hörte sich nach einem Chor an, und obwohl die Geräusche eindeutig aus der Wohnung klangen, schien es, als kämen sie von weit weg. Aus einem anderen Land vielleicht, so überlegte ich damals. Ich war kurz davor gewesen, einfach in das Apartment zu spazieren und mich darin umzusehen. Doch dann war ich schnell wieder weg und in unsere Wohnung gerannt, weil ich es schließlich doch mit der Angst bekam, angesichts dieser körperlosen, distanzierten Musik. Aber ich hatte sie nicht vergessen. Sie beschäftigte mich. Mit ihrem schönen, entspannten Klang, der mich bis in meine Träume verfolgte. Erst Jahre später, zwei Wochen bevor das Erlebnis, von dem ich berichten möchte, begann, zog der neue Mieter ein. Weder meine Mutter noch ich bekamen ihn direkt zu sehen. Es hing nur plötzlich ein neues Schild an der Tür mit dem Namen Abraham. Ich weiß noch, wie ich mich fragte, ob das wohl ein Vor- oder ein Nachname sein sollte. Der Tag, an dem wieder jemand gegenüber wohnte, war ein Wendepunkt in meinem Leben, auch wenn mir das erst heute als Erwachsenem klar wird. Vielleicht können Sie sich den Unterschied zwischen aller leerstehenden und einer bewohnten Wohnung vorstellen. Selbst wenn man den Bewohner einer Wohnung nie sieht, strahlt sie dennoch Leben aus. Diese Wohnung strahlte zwar seit dem Einzug des Mannes etwas aus, aber ich wußte damals als Elfjähriger nicht genau, was es war. Doch es reizte mich. Ich hörte seitdem jeden Tag diese leise Musik, die mich so faszinierte. Und ich spürte jedes Mal mein Herz wärmer werden, sobald ich mich der Tür näherte. Mehr als einmal wollte ich an die Tür klopfen, wurde dann aber doch nervös. Als ich mich eines Tages dazu zusammenriss, dauerte es lange, und ich war schon kurz davor, wieder zu gehen, als sich die Tür öffnete und der alte Mann, dessen Vor- oder Nachname Abraham war, vor mir stand. Seine Gestalt und Erscheinung passte so gar nicht zu der Ausstrahlung seiner Wohnung, die verlockend und einladend schien. Er dagegen wirkte auf den ersten Blick gruselig, und in seiner Gegenwart wurde die Musik dumpf und klanglos. Passend zu der hageren Gestalt des Mannes, seinem weißen, lichten Haar und seinen kalten Händen, war auch seine Stimme alt und gebrechlich. Aber nur, wenn man nicht genau darauf achtete. Später fiel mir auf, dass sie eine für das Alter des Mannes ungewöhnliche Kraft hatte. Ja, sagte der alte unwirsch. Hallo, sagte ich. Dann fuhr ich mit der Direktheit fort, die Kinder und anscheinend auch solche, die es fast nicht mehr sind, so an sich haben. Was machen Sie gerade? Der alte schien erst verwirrt, dann ärgerlich. Was geht dich das an? knirschte er. Dennoch ließ ich nicht locker, auch wenn ich mich schon deutlich weniger selbstbewusst fühlte. Nun, ich spüre da so eine Aura von ihrer Wohnung aus, wenn sie wissen, was ich meine. Und ich bin neugierig. Wieder wirkte es, als müsse der Mann das Gehörte erst verdauen, bevor er dann barsch antwortete, wie gesagt, ich wüsste nicht, was dich das zu interessieren hätte. Und jetzt geh wieder spielen. Ich hab zu tun. Mit diesen Worten knallte er mir die Tür vor der Nase zu. Und nach dieser Ansage hatte ich nicht das Bedürfnis, erneut zu klopfen. Als ich schon vor der Tür der Wohnung meiner Mutter stand, fing ich an, mich zu fragen, wieso ich mich so leicht hatte abwimmeln lassen. Ich war ein selbstbewusster Junge, der Erwachsenen so lange auf die Nerven gehen konnte, bis er bekam, was er wollte. Also drehte ich mich kurzerhand wieder um, der Musik zu, schritt in Richtung der Tür des Nachbarn und klopfte erneut. Der Alte öffnete diesmal schneller. Habe ich mich etwa unklar ausgedrückt? fauchte er mich an, und fast war ich wieder gewillt, Kehr zu machen. Was war nur mit mir los? riss mich aber zusammen. Ach, kommen Sie, legte ich los. Sie können doch nicht so grießgrämig sein. Wollen Sie mich nicht in die Geheimnisse einweihen? Ich spüre doch, dass Sie eins haben. Ich habe auch ein paar, zum Beispiel das... Was interessieren mich deine Kindergeheimnisse? Unterbrach mich der Mann. Strahlten seine Augen Angst aus? Ich sag mal so, begann ich, und musste mich mittlerweile sehr stark bemühen, selbstbewusster zu bleiben. Aber meine Neugier war stark. Ich weiß aus eigener Erfahrung mit meinen sogenannten Kindergeheimnissen, dass es nicht schaden kann, diese mit der einen oder anderen ausgewählten Person zu teilen. Ich versuchte, möglichst hochtrabend zu reden, denn mir war durchaus bewusst, dass Erwachsenen das gefiel. Aber wenn sie da anderer Meinung sind... Damit drehte ich mich gespielt lässig um und ging extra langsam zu meiner Wohnung zurück. Als ich schon fast dort war, rief der Alte, na schön, dann komm halt. Was war das nur, was neben dem immer noch unfreundlichen Ton mitschwang? Ich kam zurück und reichte ihm mit einem Grinsen meine Hand. Mein Selbstbewusstsein war zurück, zumindest bis der Mann meine Hand ergriff und hüttelte mit seiner eiskalten Hand. Ich spürte seinen festen und dennoch gebrechlich wirkenden Händedruck, der auf mich durch diese unnormale Kälte direkt einen gewissen Grusel ausübte. Ich hatte das Gefühl, Graf Dracula persönlich die Hand zu schütteln. So stark wie noch nie zuvor wollte ich weglaufen, wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich nicht so verdammt neugierig gewesen wäre. Außerdem dachte ich, und es war mir fast peinlich, das von mir selbst zuzugeben, dass meine Mutter ja nur über den Gang war, und in der Denkweise eines Elfjährigen hieß das, dass sie quasi dabei war. Nur einen Moment noch, sagte Abraham, verschwand kurz in der Wohnung, um seine Axt zu holen, und kam kurz darauf mit einer Kerze in der Hand wieder. Ich habe keinen Strom in meiner Wohnung. Du wirst doch sehen, warum. Er wollte gerade wieder in die Wohnung gehen, als er merkte, dass ich ihm nicht folgte. Ich stand da wie angewurzelt. Also ich dachte, du willst mein Geheimnis wissen? fragte der Alte, und Zufall oder nicht, sprang in eben jenem Moment ein Funken an der Kerze über, der einen langen Schatten über sein Gesicht warf. War das ein Lächeln? Heute bin ich keineswegs mehr sicher. Vielleicht war da auch etwas anderes in seinem Blick. Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte der Mann sich um und bedeutete mir, ihm zu folgen. Und das tat ich. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich nicht weglief, war, dass ich erst elf und nicht etwa fünfzehn war und daher meine Neugier größer war als alles andere. Der Alte führte mich durch einen schmalen Flur, zu dessen Seiten sich hohe Bücherregale türmten. Beim Durchgehen musste ich aufpassen, nicht mit den Schultern eines der Regale zu streifen. Instinktiv fragte ich mich, wie schnell ich hier wohl würde durchsprinten können, im Fall der Fälle. Die Bücher in den Regalen sahen alt und abgegriffen aus. Die meisten waren unheimlich dick. Ich fragte mich, ob der Mann sie alle gelesen hatte. Wir kamen in einen weiteren Raum, der keine Fenster hatte. Er hatte nicht einmal Lampen. Das einzige Licht kam von unzähligen Kerzen, die auf kleinen Abstelltischen oder teilweise sogar auf weiteren Büchern standen, die sich auch hier bis unter die Decke türmten. Der Kerzenschein warf ein flackerndes, schummeriges Licht durch den Raum. Hatte der Alte keine Angst, alles niederzubrennen? An der gegenüberliegenden Seite des Raumes stand ein sehr alt, aber auch äußerst bequem aussehender Sessel. Ich verspürte sofort das Bedürfnis, mich darauf einzukuscheln. »Du spürst es also auch?« fragte der Alte. Seine Stimme knarrte. Er sprach leise, aber ohne zu flüstern. »Die Aura, die diesen Raum erfüllt.« Ich nickte eifrig. »Sie ist der Grund, aus dem ich in dieses Apartment gezogen bin. Sie und der Sessel dort drüben, von dem sie ausgeht und auf dem du so gerne Platz nehmen würdest.« Ich sah den alten Mann erschrocken an. Das wollte ich nämlich tatsächlich. Seit dem Moment, in dem ich den Sessel erblickt hatte, wollte ich nichts anderes mehr. »Jeder Mensch möchte auf diesem Sessel sitzen. Dass du es auch willst, es zeigt nur, dass du auch ein Mensch bist. Los, hör dich ruhig. Teste ihn.« Ich ging schnell ein Schrittes auf den Sessel zu und ließ mich reinfallen. Sofort spürte ich, wie ich mich entspannte. Und gleichzeitig merkte ich, wie das, was ich sah, unscharf wurde. Aber bevor ich in Panik geraten konnte, nahmen die Dinge wieder ihre Konturen an. Noch viel schärfer als zuvor. Noch nie in meinem Leben konnte ich so klar sehen. Der alte Mann ging neben dem Sessel in die Hocke und flüsterte. »Du willst also mein Geheimnis hören?« Er klang schnippisch. »Oder doch erschöpft.« Ich nickte. »Dann mach dich auf was gefasst. Meine Geschichte ist nichts für schwache Nerven. Weder die bösen Seiten noch die guten.« Meine Nerven waren gespannt wie Drahtseile, aber ich wollte es hören. »Wusstest du nun, dass es noch Magie gibt?« Pause. »Magie ist real, doch ist sie in Vergessenheit geraten. Magie ist wie ein Feuer. Nur wenn sie mit dem Glauben der Menschen gefüttert wird, kann sie aufflammen. Einst umgab sie die ganze Welt, war überall präsent und jeder Mensch konnte sie spüren und nutzen. Doch dann wurde sie vergessen. Sogenannte Hexenverbrennungen fanden statt und niemand traute sich mehr, an Magie zu glauben. Ein Schleier fiel über die Welt. Heute findet man Magie nur noch selten. An vereinzelten Orten oder in Gegenständen. Gegenständen wie diesem Sessel. Deswegen die Kerzen. Strom stört den Fluss der Magie.« Dann herrschte Stille nach dieser Ansprache. »Und es ist merkwürdig, aber ich weiß noch genau, wie ich damals absolut nicht von der Offenbarung überrascht war. Es war, als hätte der Alte mir gerade erstmals erklärt, dass Eins und Eins Zwei ergeben.« Die Aura der Wohnung hatte sich inzwischen verdreifacht. Es war eine Wärme, ein Knistern, das nicht nur in der Luft hing, sondern ebenso meinen gesamten Körper durchströmte. Es war das Gefühl, das einen durchströmt, wenn man an Weihnachten aus der Kirche kommt und alles magisch wirkt. Und meine Angst vor dem Mann, die so völlig gegensätzlich zum Eindruck seiner Wohnung war, war verschwunden. Ich fragte mich, wie ich sie jemals hatte verspüren können. Daher warf ich dem Mann auch nicht an den Kopf, er müsse verrückt sein oder würde lügen. Stattdessen fragte ich mit Vorspannung hauchender Stimme. »Was für Magie. Was kann man mit dir machen?« Die Antwort war schlicht. »Einfach alles.« Wir schwiegen beide. »Bevor ich weiterquatsche, probiere mal Folgendes aus. Sieh auf die Uhr hier auf dem Regal.« Ich drehte meinen Kopf zu besagter Uhr. Ebenso wie alles andere im Raum war auch sie alt und verstaubt. Sie zeigte kurz vor halb drei an. Dann sagte der Mann, »Schau zu mir.« Ich sah zu ihm. Dann, »Und jetzt wieder auf die Uhr.« Ich sah zur Uhr. Und sie stand jetzt auf zwanzig vor acht. Sie war innerhalb weniger Sekunden von halb drei auf zwanzig vor acht gesprungen. Ich schloss die Augen, machte sie wieder auf. Kurz nach zwölf. Der Mann lächelte. Das erste Lächeln, das ich bei ihm sah. Und es war echt. Da hätte ich alles drauf verwettet. »Du träumst, mein Freund. Und in Träumen ist alles wie verhext. Träume folgen keinen Regeln oder Gesetzen. Sie machen, was sie wollen. Sie sind verrückt. Sieh dich um.« Und das tat ich. Ich sah mich um. Plötzlich sah ich den Alten auf dem obersten Regalbrett sitzen und lachen. Ich sah Bücher, die von selbst aus den Regalen purzelten und sich durchblätterten. Figuren aus ihnen heraustreten. Kinder, Erwachsene, Tiere, Pflanzen. Plötzlich stand meine Mutter im Raum und sagte, ich solle sofort aufräumen. Da rief der Mann dazwischen, »Sieh mich an!« Er stand und sprach das Folgende sehr langsam, als wollte ich sicher gehen, dass auch ein Gehörloser genau erkennen konnte, was ich sagte. »Wenn ich träume, heißt das also, dass ich gar nicht hier bin? Ich bin zu Hause und das hier ist alles gar nicht real?« »Ich habe nicht gesagt, dass es nicht real sei. Du bist wirklich hier. Hier in diesem Sessel. Aber du träumst. Du träumst die Realität. Das ist die Magie dieses Sessels. Und wenn du weißt, dass du träumst, kannst du dir das zunutze machen. Dann kannst du die Welt steuern.« Ich sah auf und alles war wieder wie vorher. »Du hast letztens deine Lieblings-Action-Figur verloren, richtig?« Ich nickte. Der Mann lächelte noch breiter. »Was wäre, wenn du dir vorstellst, sie läge jetzt auf deinem Schoß?« Ich sah auf meinen Schoß. Und da lag meine Superman-Action-Figur, ohne dass ich auch nur den Hauch einer Ahnung hatte, wie sie da hingekommen war. Und in dem Moment war ich euphorisiert. Ich jauchzte angesichts dieser tollen Möglichkeiten, was ich damit alles machen konnte. Der Mann hielt plötzlich ein Buch in der Hand, das gerade noch auf einem Stapel am anderen Ende des Raumes gelegen hatte. »Das ist mein Buch. Darin stehen meine gesamten Forschungen zur Magie. Das ist mein Lebenswerk. Und du willst immer noch sämtliche Seiten meines Geheimnisses wissen, stimmt's?« Ich nickte wieder und fragte mich immer noch, was da aus der Stimme des Mannes sprach. »Warum hatte er sich eigentlich dann doch umentschieden und beschlossen, mich einzuweihen?« »Weißt du, warum meine Hände so kalt sind?« fing der Alte an. »Aufgrund einer von Fehlern durchzogenen Phase meines Lebens, in der ich da Versuchung erlag, dunkle Magie zu nutzen. Für mich fühlte es sich seitdem an, als würde nach und nach mein ganzes Leben aus mir herausgesogen. Mir ist immer öfter kalt, und zumindest meine Hände waren seit einem halben Jahrhundert nicht mehr richtig warm.« Und noch während der Alte sprach, hatte sich schon ein Schatten über meine Freude angesichts der Möglichkeiten von Magie gelegt. Der Mann schwieg, und ich fragte leise, »Was war das denn für Magie?« »Kannst du dir das nicht denken, zu was Menschen mit Macht in der Lage sind?« Ich glaube, ich dachte in diesem Moment hauptsächlich darüber nach, was ich mir unter Macht vorstellen konnte. Das war so ein großes Wort, ein viel zu großes Wort für einen Elfjährigen. Der Mann reichte mir das Buch. »Hier, lies es selber nach.« Ich nahm das Buch. Doch als meine Finger den Einband berührten, passierte wieder etwas. Jäh, wurde alles dunkel vor meinen Augen. Dann, bevor ich das wirklich wahrnehmen konnte, kam das Licht wieder. Doch ich befand mich nicht mehr in der Wohnung des Alten, sondern in einem ganz anderen Raum. Die Wände waren aus Holz, und in einer Ecke stand ein großes Doppelbett, gegenüber davon ein Schrank. Beides ebenfalls aus Holz. Auf dem Boden lag ein schöner Teppich aus Tierfällen, und an den Wänden hingen Gemälde. An einer Seite gab es ein Fenster, durch das man Aussicht auf umliegende, blätterlose und von Schnee bedeckte Bäume hatte. Offensichtlich eine Hütte im Wald. Ich fühlte, daß irgendetwas nicht stimmte. Das Ambiente war heimelig, und der Raum war schön ausgestattet, aber irgendwie fühlte er sich doch kalt an. Ich stellte fest, daß es an mir lag. Die Kälte ging von mir aus. Ich war überhaupt nicht ich, sondern jemand ganz anderer. Doch bevor ich darüber nachdenken konnte, öffnete sich eine Tür, und ein junges Mädchen, ungefähr 18 oder 19, betrat den Raum. Sie trug einen Schlafanzug und kam mit einem Lächeln auf mich zu. Mir war mittlerweile klar, daß ich in dem Buch des Alten sein musste, und da er meinte, es seien seine Erinnerungen, war ich jetzt wohl er, sein Teenager ich. Das Mädchen kam mit verlegenem Lächeln auf mich zu. Die Hände vor dem Bauch herumnestelnd und mit schiefgelegtem Kopf sagte sie, eine wirklich schöne Hütte, Amandus, sehr romantisch. Sie stand jetzt direkt vor mir, ihr Gesicht nur wenige Zentimeter von meinem entfernt, und ich weiß noch, daß ich damals, als ich das als Elfjähriger sah, fast schon panisch wurde angesichts dessen, was sich da anbahnte. Mein Kindergehirn sah es, konnte und wollte es aber nicht wahrhaben und verarbeiten, dachte sich die ganze Zeit, nein, nein, nein. Mein Gehirn war zweigeteilt. Zusätzlich zu meinen eigenen waren da noch die Erinnerungen des jugendlichen Mannes. Ich wußte, daß die beiden sich aus einer Bar kannten, wußte, daß er sie auf die liebevollste Weise angesprochen hatte, die man sich vorstellen konnte, daß sie sich erst seit ein paar Tagen kannten, daß Mädchen aber im Gegensatz zu ihm schon Hals über Kopf in ihn verliebt war, und ich wußte, daß er sie nie lieben würde, und daß ihm das Sonnenklar war. Er wußte es, aber ließ es nicht an sich heran. Sein Kopf war voll von dunkel. Ich spürte die Liebe des Mädchens und ihr Verlangen danach, ebenfalls geliebt zu werden, und konnte es dennoch nicht begreifen. Heute begreife ich es, und es nimmt mich drum nicht weniger mit. Im Gegenteil, es widert mich an, zu begreifen, aus welchem Grund der junge Mann das Mädchen angesprochen, ihr Gefühle vorgegaukelt und sie auf diese romantische Hütte mitgenommen hatte, zu begreifen, wie sie wie ein Fisch an seinem Haken zappelte und er sie erst später, wenn er mit ihr fertig war, auf brutalste Weise herunterlassen würde. Das nächste, was ich heute noch weiß, ist, wie das Mädchen und ich, Amandos, schwer atmend nebeneinander im Bett lagen, und ich die unbedingte Zuneigung dieses armen Mädchens spürte, dass von einem anderen Teil in mir, Amandos, verachtet wurde, verspottet, zu Boden gestoßen durch eine kalte Wand aus Desinteresse. Er, Amandos, wußte überhaupt nicht, wer sie war. Vielleicht las sie gerne, vielleicht machte sie Sport, vielleicht Musik, vielleicht mochte sie Kerzenschein, vielleicht machte er ihr aber auch Angst. Vielleicht hatte sie viele Freunde, vielleicht nicht. Hatte ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie, oder aber nicht. Das alles wußte der junge Mann nicht. Ihn interessierte nur, was er gerade getan hatte. Damals fragte ich mich unterbewusst, warum Amandos überhaupt Zeit mit diesem armen Mädchen verbrachte, wenn er sie überhaupt nicht mochte. Heute weiß ich, dass es solche Menschen wie Sand am Meer gibt. Das Mädchen sah Amandos und mich mit großen Augen und einem leichten Lächeln an, und ich wußte, was gleich passieren würde, und gleichzeitig konnte ich es als Elfjähriger nicht fühlen. Ich, Amandos, fing an zu sprechen. Der Mund des Körpers, in dem ich steckte, öffnete sich ohne mein Zutun. Anna, wir müssen reden. Jedes Wort, jede Silbe war kalt und teilnahmslos. Nicht der Ansatz eines Versuches, Wärme mitschwingen zu lassen. Und ich sehe noch heute das schöne Gesicht des Mädchens einfallen, die leuchtenden Augen erlöschen, und ich weiß noch, dass ich dachte, sie sehe plötzlich viel älter aus. Und in dem Augenblick hasste ich den jungen Amandos, und ich hasste mich dafür, dass ich in seinem Körper steckte, und dieser Hass verstärkte sich, als mir klar wurde, dass dieses Mädchen nicht das Erste war, das hier lag, und dessen leuchtende Augen in diesem Bett erloschen. Und plötzlich war ich wieder ich, und ich saß wieder in dem Sessel im Apartment des alten Amandos, und ich sah ihn, den Mann, der jetzt noch gebrechlicher wirkte denn je. Ich sah in seinem Gesicht dieselben erloschenen Augen, die ich gerade noch im Gesicht des Mädchens Anna gesehen habe. Diese längst vergangenen Taten hatten ihn, wie ich nun merkte, immer noch im Griff, ließen ihn nicht los. In dem Augenblick wurde mir klar, worunter erlitt. Und dass er mir nie, auch nur einen Moment lang, hatte Angst einjagen wollen, genauso wenig, wie seine Hände absichtlich kalt waren. Der Alte räusperte sich, nachdem wir einige Minuten geschwiegen hatten, und sagte mit brüchiger Stimme, »Weißt du nun, von welcher dunklen Magie die Rede ist? Bist du froh, mein Geheimnis gehört zu haben?« Er hörte sich an, als würde ihm jedes Wort Schmerzen bereiten. »Du musst verstehen. Magie ist nichts anderes als Macht. Ich missbrauchte sie.« Pause. »Eben sagte ich, dass Magie ausstirbt. Aber das stimmt nicht. Wir lernen nur nicht mehr, die richtige Magie zu nutzen. Magie ist Macht, und damit ist sie nichts anderes als Verantwortung.« Wir schwiegen wieder, und ich versuchte, all das Erfahrene in meinem kleinen Kindergehirn zu sortieren. Ich fühlte mich so schläfrig und gleichzeitig so wach wie noch nie. Ich fühlte mich, als wäre mein Geist im wahrsten Sinne des Wortes und das Doppelte angeschwollen. Ich spürte die Magie mit jeder Pore meines Körpers. Spürte immer noch die Euphorie über die ungeahnten Möglichkeiten durch Magie. Aber ich spürte auch die damit einhergehende Macht. Spürte ihr unendliches Ausmaß. Ich spürte alles. Alles! Ich spürte, dass sich die Welt in Händen hielt. Ich sie aber auch nicht fallen lassen durfte. Ich spürte, dass ich dem Mann namens Amandus Abraham helfen wollte. Ihm helfen wollte, diese Last zu tragen. Das Problem war bloß, dass ich es zwar dachte. Es mir allerdings nicht klar war. Damals als Elfjähriger war ich von alledem, von dieser Offenbarung unendlichen Ausmaßes, vollkommen überfordert. Ich begriff es nicht. Ich fühlte nur ein undefiniertes Etwas, das sich ein wenig wie Honig anfühlte, indem ich zu rennen versuchte. Und sehen Sie, das ist das Problem. Ich war noch ein Kind und eigentlich hätte ich es begreifen müssen. Doch ich war schon zu beeinflusst von der dunklen Magie der Erwachsenen, dass ich angesichts dieser ungreifbaren Vorstellung, die ganze Welt, die in meinen Händen lag, fallen lassen zu können, schreiend aus dem Sessel hochfuhr. Und damit war die Erkenntnis vorbei. Die Magie schien fort. Ich hatte Angst. Ich sah nur noch den dunklen Raum, der keine Fenster hatte, sah die meterhohen Holzregale vollgestopft mit dicken alten Büchern, sah die Schatten des Mannes und des Sessels im Kerzenlicht an den Wänden tanzen, und ich sah den alten Mann. Diese grausige Gestalt mit den kalten Händen und den vielen Falten, mit den tief in den Höhlen liegenden Augen und dem schütteren Haar. Doch schlimmer noch, ich sah wieder sein diabolisches Grinsen, das mich schier aufzufressen schien. Ich rannte aus dem Raum, als wäre der Teufel hinter mir her, was ich in dem Moment ernsthaft glaubte. Ich war vollkommen sicher, dass der Mann der Teufel war. Das gebrechliche und gequält wirkende Gesicht schien wie ausradiert. Ich sprintete, so gut es ging, durch den engen Gang mit den vielen Büchern, in der ständigen Angst, gleich von hinten gepackt zu werden. Ich stolperte durch die Tür auf den Hausflur und hämmerte panisch kreischend gegen die Tür meiner Mutter. Sie riss sie auf und fing mich mit den Armen, während ich heillos schluchzte. Und als sie fragte, was denn um Himmels Willen los sei, wusste ich nichts zu sagen. Denn alles war gut. Ich hatte das Erlebte schon fast wieder vergessen. Mein Horizont war wieder klein. Klein wie der eines Kindes, das zu lange in der Gesellschaft von Erwachsenen gelebt hatte und selbst schon drauf und dran war, einer von ihnen zu werden. Heute, knapp zehn Jahre später, sitze ich hier mitten in der Nacht und der kalte Schweiß steht mir auf der Stirn und im Nacken, nachdem ich all dies wie im Rausch runtergeschrieben habe. Ich war urplötzlich aufgewacht und musste es loswerden. Vielleicht hatte ich davon geträumt. Ich sehe das Gesicht des Mannes wieder vor mir, das Gesicht, das diabolisch grinste, bevor ich es nie wieder sah. Doch heute, in der Erinnerung, frage ich mich, ob es wirklich gegrinst oder nicht viel mehr Angst aus ihm gesprochen hatte. Angst und abgrundtiefe Erschöpfung. Vielleicht auch ein Funken Hoffnung, dass ein gewisser Junge ihm seine Last abnehmen würde. Das Gesicht von Amandus Abraham schwebt vor mir, als wäre er tatsächlich gerade jetzt hier im Raum und würde mich mit dieser Verzweiflung von damals anschauen. Ich schlucke einmal und sage, während ich in sein Gesicht starre, ich weiß, ich weiß.